Ich hab Supergirls-Kräfte. Und ich das Bedürfnis, Oracle umzuprogrammieren, damit meine Spracheingaben klappen, eine komplette Systemüberholung meines Raumschiffs zu machen und einen ganzen Rhabarberkuchen zu essen. Das heißt, du hast meine Fähigkeiten. Abgesehen von der Kuchensache. Wir finden einen Weg, damit ihr eure Kräfte zurückbekommt. Raven kann das vielleicht umkehren. Keine Chance. Ja, ganz ihrer Meinung. Ich muss ein paar Superflüge machen. Auf geht's, Supergirls! Oh, hoppla! Lass mich nicht fallen, ich bin zerbrechlich! Das war merkwürdig. Das hab ich gehört! Hi, Kamish! Hint es! 227 Meilen pro Stunde! Behebs! Hier! Komm doch rüber und hol mich! Oder nicht uns! Hilfe! Hilf mir, Supergirl! Ich komme schon! Nein! Aufhören! Das tut weh. Du bist ganz genauso irrational, wie Platinum es behauptet hat, nicht wahr, Platinum? Richtig, Meisterin. Oh nein! Wie halten wir sie auf? Bad Girl, können wir die Bots magnetisieren wie vorhin? Nein, sie werden nicht von Computern mit Energie versorgt. Sie erhalten die Energie von... Kryptomites. Wir müssen uns Anti-K-Saft besorgen. Frost! Ivy! Kommt mit! Wir holt den Anti-K-Mix aus dem Schullabor. Ich entsorge diesen Kerl. Wir treffen uns hier wieder. Hier drüben, Akwett! Hier drüben, Akwett! Hier drüben, Akwett! Hier drüben, Akwett! Ich entsorge diesen Kerl. Drüben! Wir drehen eine Runde! Und was habt ihr, jungen Damen, so vor? Capes nähen. Und Allzweckgürtel herstellen. Eine Heldin braucht immer ihre Hilfsmittel. Ich sehe ein völlig neues Ich für euch. Sogar zwei völlig neue. Kein Zeichen von Mira oder Siren. Wir müssen sie finden, bevor sie weitere Schwierigkeiten machen. Such so schnell du kannst. Wird gemacht. Oh. Falls Bad Girl sie nicht findet, entwickle ich, was das das kann. Ein Radar speziell für ihre individuellen Wärmesignaturen. Superfoodcake. Die süße, süße Quinoa-Füllung. Unter der herrlichen Blumenkohl-Bezé-Kruste. Leider nur noch einmal da, ha. Oh, Kuchen. Total egal. Mein Kopf sagt, setz nie gegen Freunde den Hitzeblick ein. Mein Bauch sagt, Kuchen. Hey, das war unfair. Nicht so schnell. Wow, der Haken ist echt super. Danke, er habe ich lang dran gesessen. Und gleich sitze ich an den Kuchen. Hoffnungslos kuchenkrank. Nicht aufgeben. Nie aufgeben. Das ist echt Quatsch. Wir teilen den Kuchen. Du hast recht. Komm her. Wie ein berühmtes Girl einmal sagte, lasst mich Kuchen essen. Oh. Los geht's, Team. Wir müssen diese Tiefe schließen. Stopp! Himmertime! Was nimmt man wohl Köpfchen haben? Du wurdest filetiert, Fisch. Ah! 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 Wir brauchen einen Plan. Ähm. Oh. Ding, ding, ding. Oh. Ich hab's. Ich kann sie mit dem Hitzeblick lasern. Hitzeblick, nicht röntgenblick. Reißt euch zusammen, Augen. Ha! Tu doch was, Raven. Sonst sind wir Fischfutter. Arteradmetri und Sintos. Alter, sogar als Supidovi neu war, hatte sie ein besseres Gefühl für den Hitzeblick als das eben. Und niemand konnte eine Strategie so gut aus dem Ärmel schütteln, wie meine liebe Betsy. Geht dir dasselbe durch den Kopf wie mir? Wir sollten wieder wir selbst sein. Raven, kannst du den Zauber umkehren? Ich versuch's. Aber ich brauche Ruhe. Peaceboy, du lenkst die Ablenkungen mit ein paar Ablenkungen ab, während wir hier eine Mädelsrunde haben. Ich glaube, mir fällt da schon was ein, HQ. Befreit den Kraken! Ihr wollt euch mit mir anlegen? Das könnt ihr gern achten. Ihr wisst, was Peaceboy für euch hat. Aha! Kommt schon rüber, Bros! Zeit für'n Kraken-Kraken! Hey, Fischlein! Du schaffst das, Emo-Else! Zeig uns, was deine Umkehrkräfte kennen! Arteradmetri und Sintos. Fühlst du einen Unterschied? Nope, ich will immer noch Rhabarberkuchen. Vielleicht musst du den Zauberspruch rückwärts aufsagen? Das ist lächerlich. Versuch's! Ähm, Tarazan hört dem Zockwitz. Entschuldigt, ich hätte nicht herkommen sollen. Nie die Unterwelt verlassen sollen. Das Einzige, das ich drauf habe, ist Versagen. Zu Versagen gehört doch zum Lernen dazu. Wir gehen auf die Superhero High, um zu lernen, wozu wir fähig sind. Und um Freundschaften zu knüpfen. Solange meine beste Freundin an meiner Seite ist, hat niemand versagt. Das ist wirklich schön. Gutes Glühen, Goff-Girl! Jetzt leg los! Arteradmetri und Sintos! Hat's funktioniert? Ich versuch's mal! Achtung, Haare, Hitzehase! Hoppla! Entschuldige! Ich weiß was! Ich hab nen Plan! Was ist denn das für eine Schönheit, bitte? Oh, eigentlich ist das meinen Eltern zu verdanken. Ich sorge nur für die Gimmicks. Ein echtes Prachtstück! Oh, da ist irgend so ein Klebekram und ruiniert das schöne Space-Gefunkel. Danke. Dieser Staub von Krypton kristallisiert aus und setzt sich überall fest. Ich bin Lina, die Neue von der IT. Oh, dann hast du Batgirls alten Job. Willkommen bei der... Oh, das ist Batgirls Notrufsignal. Sie muss in Schwierigkeiten sein. Dann wollen wir mal sehen, was dieses Raumschiff drauf hat. Hat mich sehr gefreut, Supergirl. Batgirl und Motte sind jetzt ein Team. Superfreunde, die das Verbrechen liebt. Klasse Einsatz der Notfallortung Batgirl hat mich direkt zu dir geführt. Das war echt knapp. Ich sollte mit dem singen. Dabei hatte ich schon passende Becher für uns. Zu blöd, dass die hierbleiben müssen. Die Superschurken-Einheit der Polizei holt dich ab. Aber wir wollten doch Partner werden. Sorry, Killer-Motte. Hier steht schon der weltbeste Partner. Superbeste Freundinnen! Husband ist scheinen. Dad!!!